hallo und herzlich willkommen zu der allerersten folge von no more room in hell und mir heute auch dabei und eigentlich für die aufnahme kommen bleibt ungeplant so mehr oder weniger weil wir wollten mal wieder was aufnehmen denn das haben wir in letzter zeit ziemlich vernachlässigt vor einem moment und in letzter zeit zu viele shooter gekommen sind haben wir uns gedacht könnten wir mal so ein bisschen was mit zombies machen also zwar immer noch was mit schießen findet noch was anderes kommen wenn wir es nicht wieder verpeilen aber wo bist du eigentlich das stimmt trotzdem schnell schneiden wo bist du aber dass ich den schuss daneben gesetzt habe das ist schon schlimm genug und ich natürlich auch bei dem wort nie oft wo wissen wir jetzt ehrlich ist so 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 wo ist nur oben oben ja deine schüsse die ganze zeit vielleicht liegt das da aber ich schieße ich bewegen das passiert ja und eigentlich hatten wir jetzt erstmal eine runde geplant danach sollten eigentlich noch ein paar andere sachen kommen vielleicht machen wir auch noch mal irgendwelche singleplayer projekte oder auch multiplayer aber halt eben so dass er aufnimmt mal gucken hast du mit dem betrieben dass der grund bei jungen ist eine kentensiegelung ich habe dazu ich habe auch Leute einfach gekannt hast du sie hast du die hast du die sonst von diesen schiffst du bist mal angemacht es ist das spiel bei diesem bisschen laut ja ich weiß nicht ob soll ich hoffe nicht dem so gut noch mal hat sie sich wieder so richtig heftig rum wer jetzt Badom ist da hat offen wo bist du ich muss hast du ein leuchtsignal ja leuchtsignal fackel also so munition ja die kommen schon doch da hier erlaubt die runde ob du sagst zu mir ich bin schlecht in einem alles klar einfach da haben wir überhaupt schon erzählt was für ein spiel spielen also das ist nur momentan eine kostenlose spiel auf steam ich glaube ich bin sowieso nicht so weit ich weiß gibt es zehn runden die wir nicht geschafft haben so nebenbei ja habe ich mal mit einem anderen also nicht mit hier natürlich nicht mit dir weistet da und wenn die nicht gut ich glaube wir brauchen ein bisschen eine Munition. Alter, diese Waffe ist so scheiße. Ach, eine Munition. Na ja. Was geht also? Ja, ich geh jetzt auf. Und... Na ja. Morat erzählen wir irgendwas. Diese Saunds teilweise von den Zombies, die sind echt erschreckend. Ich habe jetzt gerade irgendwie voll Angst, dass ich den Zaun zu laut habe, sodass man dich so gut kümmern kann. Und ich habe keine Munition mehr. Aber ist ja nicht so wichtig, denn dich muss man ja nicht mehr, ne? Hast ja sowieso nichts Wichtiges zu erzählen. Hey Joey, ich habe eine SKS gefunden. Die sollten wir mitnehmen. Ein bisschen Munition, Luna. Machst du sowieso nicht. Nein, das ist trotzdem. Und merke sehen, so muss man. Tja, und wenn wir C drücken, dann haben wir so einen schönen kleinen Kompass, der uns nicht angezeigt wird, aber unten wird uns so ein Leistern gezeigt. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen das Spiel erklären, das könnten wir uns noch erzählen. Und da vorne sieht man dann, dass wir gerade B verloren haben, deswegen kam gerade der komische Sound. Und hier unten ist A und das beschützen wir jetzt, mehr oder weniger. Alleine. Hey, du hast die Kettensäge. Habe ich, Alter. Hörst du mir überhaupt mal irgendwann zu? Ich habe gesagt, uns fehlt nur noch Benzin, so, ne? Aber so ein bisschen. Ja, ich konzentriere mich zu sehr auf das Spiel. Ja. Auch nicht. Ich habe die nur mitgefunden, das ist gut. TNT. Ja. Aber da warten wir erstmal ein bisschen noch ein paar Zombies da. Ist okay, dude. Ist okay. Im Übrigen ist die Ausdauer von den Leuten, die hier sind... Äh... Sowas von einem Arsch. Ja, was sowas von... Also... Ja. Ja, kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Oh, hier ist ein paar... Da ist dein Problem. Nicht wirklich. Wenn ich sterbe, stirbst du. Noob. Also ich mache hier gerade alles. Oh, warte. Vielleicht kann ich mal das hier dafür benutzen. Jetzt sieht man nochmal, wie die wirken. Das heißt... Jetzt habe ich... Muri, geh da weg! Bist du blöd? Dann tust du das. Ja, damit es mal gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch spielen. Und dann bin ich offen. Das... Das könnten wir doch. Das könnten wir doch. So. Wird ja auch mal sitzen. Das hätten wir. Ja. Mach du die mal weg. Warum hast du diese ge... Ich weiß gar nicht. Die lag oben rum. Ja, die habe ich oben. Nein, das ist natürlich... Warum hat das so scheiß Sound? Du musst vielleicht mal den Sound leiser machen, so. Dann äh... Erschreckst du dich denn? Nein, aber das war... Murat hier ist noch in der Stadt, glaube ich. Ich hab noch diese... Schokoladen... Ich hab noch diese... Schokoladen... Schokoladen... Ich brauch nur diese blaue. Murat hier ist noch eine... Schokoladen... Falls sie haben... Nein, nein. Okay, dann nicht. Okay, dann nicht. Ja, ich... Bestell, bestell. Schon da. Ich hab schon eine... Ich hab schon eine... Echt? Dann geh da mal schnell hin. Okay. Ist okay, Joris. Ich geh alleine. Ich bin ja schon hinter dir. Also... Glaub ich. Guck'n ob ich... Alter, ich glaub' jetzt kommt sogar die Rennen-Zombie. Das ist nicht gut. Obwohl das standardmäßig in der dritten rum ist, weil ich weiß nicht. Ja, gleich kommen die Kenner. Ich glaub' sind die... Sind schon die Kenner? Nee, ich glaub' nicht. Das müssen wir ja sehen. Doch, oder? Doch. Ich hab' jetzt nicht meinen Rennen-Zombie gesehen, also von daher. Ansonsten erkennst du es ja meistens sagen, dass sie schreit... Oh, Rennen-Zombies! Oh, ich hab' keine Ausdauer mehr, natürlich. Was was sonst? Fiss dich, Opa! Oh. Haben wir eine Mention? Nein, das nicht. Äh... Tja. Alter! Nicht schon wieder sonst rennt. Warum rennt die? Alter! Ja, das freu ich mich auch! Ich glaub' das waren die Sportkanonen früher. Moat hinter dir. Alter! Warte! 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 Viel Spaß! Ich hab' keine Munition! Oh! Ja, mach' das mal! O. Ey, du bist ja überhaupt so weit! Alter, da rennt ja immer noch! Alter... Äh... Äh... Ehh... Alter! Weißt du, ich hatte sogar... Jetzt gibt's das, Moll. Ich hatte die Munition. Oh, gut. Moll, hast du die Schokoladenmunition? Ich hatte. Okay, wir haben im Übrigen verloren. Ja, soviel zu dem Thema. Wir sind echt ziemlich gut. Oh, ja. Damit, äh... Oh, Moll, Moll, wie schlecht bist du eigentlich? Du bist einmal gestorben, ey. So schlecht. Hä? Du bist so blöd. Du hättest mich retten können. Hätte ich schon. Dann hätten wir das Spiel gewonnen. Mit der Faust. Dann hätte ich auch einfach mal nach A rennen können. Aber nein. Weißt du, ich bin zu dir gesandt in dem Vertrauen, dass du mich rettest. Ja. Jetzt weiß es besser. Machen wir noch eine Runde? Weil wir sind jetzt bei 10 Minuten. Loll. Die Map kenne ich gar nicht. Die Runde beginnt sowieso erst in 30 Sekunden. Was bringt das uns überhaupt? Es ist trotzdem okay. Es ist okay, Jörg. Weißt du, am Ende sagen wir trotzdem wieder, die Map ist voll scheiße, weil wir verloren haben. Ja, weil wir dich im Team haben. Achso. Achso. Ey, warte, ist die mir echt nur so klein, oder? Habe ich jetzt wieder irgendwas übersehen? Und im Übrigen ist die Ausdauer schon wieder runter. Das hat man jetzt gerade gesehen, wie lange die anhält. Oder kommt hier gleich ein Zug oder sowas? Wenn man mit V schlägt, geht die Ausdauer runter? Ich glaube schon. Bei allem, was du machst, geht eigentlich die Ausdauer runter, glaube ich. Auch wenn du richtig wenig Ausdauer hast, dann kannst du... Escape the Subway. Wir müssen escape. Mellie. Warte. Musst du auch röhnen. Ich brauche erst mal eine Waffe. Ich habe noch gar keine. Und hat sich bestimmt schon alles weggesnackt. Ja, jetzt habe ich eine Axt. Nein. Oh, die nehme ich und die nehme ich und die nehme ich. Jetzt habe ich mir alles weggesnackt. Ich hätte fast alle bei der Waffen gesnackt. Ja, kannst du es ja. Warte, warte, warte. Wenn die sagen Escape, dann muss man hier irgendwo rauskommen. Nein, kommt man nicht. Habe ich irgendwas zum Schlagen, ne? Wahrscheinlich mit der Axt, wenn wir... Bist du ganz sicher? Oder sind da vielleicht irgendwo Türen? Oh, hier ist die Stühle. Das läge ich mir auch noch mehr. Komm mal her, du bist. Ich habe die Tür aufgekriegt, Jill. Ja, ja, tschuldig. Weißt du, hätte ich das... Weißt du mein Ding so gar nicht, dass man mit den ganzen Gegenständen irgendwie interagieren kann? Kann man aber echt, das ist voll heftig. Ja, das ist richtig gut. Weil, warte mal, ich hatte ich nicht gerade immer zwei Waffen. Wo ist die Shotgun hin? Ich glaube, hast du eine Shotgun oder habe ich die gerade weggeschmissen? Ich habe eine Shotgun. Oh, gut. Ah, die hast du nicht weggeschmissen. Ah, fick dich. Vielleicht habe ich sie nicht aufgenommen. Sel-wa... Ja, guck mal hier. Guck, wir haben schon gewonnen. Wir haben, äh, wir sind entkommen. Ja, so willst du dem Thema. Oh, ich habe... Ich stecke in der Tür fest. Ich mache einfach die Tür zu, das war's. Das nehme ich auch noch mal mit. In der Hoffnung, das. Hallo, Zombie. Ey, Murat, mach den mal weg. Nicht darauf schießen! Wirklich, ich schütze das mal in meinem Leben. Das wirst du nicht bekommen. Niemals. Alter, jetzt habe ich meine ganze Muni verschüttet. Ja, du bist ja auch schlecht. Alter. Das sind explizierende Kläser. Alter, jetzt habe ich keine Muni mehr. Schwer, ich habe auch gemacht. Alter, die rennen hier! Leute, bist du gestorben, oder? Nein, ich lebe noch. Der ist gerade... Jetzt haben wir auf mich zugerannt. Ey, Murat, stirbst du gar nicht? Ich guck dir mal zu. Ja, okay, egal. Was ist die? Folter. Komm mit, Murat. Nein, nein, ich bin... Okay, tschüss. Der bleib halt da, wenn du meinst. Ich kann nicht mehr. Das ist dein Problem. Ja, du, mal da drauf. Ich habe zwei Räume noch! Ey, Joel, guck dir mal das Gesicht an. Was ist das? Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Deswegen habe ich das von Anfang an mitgenommen. Oh, lol, warte. Ey, Murat, kill dich mal. Warte, ich gebe dir, äh... Hier, ich bin sogar extra nett und gebe dir die bessere Waffe. Hä, worauf hast du denn? Was ist los? Die Waffe ist so scheiße, dass ich glaube... Ja, gib her, denn behalt sie halt eben nicht. Du kannst auch gerne eine Pistole haben, wenn du möchtest. Ey, Murat, aber du solltest dich mal beeilen. Ja, du solltest dich mal beeilen. Ja, du solltest dich mal wieder zusammen machen. Loi, wer ist das denn? Was? Ey, Murat, jetzt mach mal was! Ja, bin ich Jesus! Ne, eben nicht! Verpiss dich, nein! Ja, also so. Super-Jell, ich habe ja eine Moni mehr. Boah, Alter, bist du... Ja, guck mal hier, ich mache Pistole. Oh, fuck. Murat? Ich brauche Pistole. Kennst du das Sprichwort, Beine in die Hand nehmen? Ich brauche Pistole. Also wenn du das kannst, Respekt. Nein, eigentlich wollte ich jetzt sagen, das solltest du mal machen. Ballast abwerfen. Ey, ich wette, die Munition werde ich gleich brauchen, aber egal. Ja, Zombies, warte mal ganz los. Ey, Murat, wo bist du? Ich, ich bin hier hinten. Okay. Hä, wo ist die hinten? Warte, ich brenne die jetzt alle weg. Das ist voll zückig. Okay, geil, verpiss dich. Ich renne jetzt einfach durch. Oh, Alter. Erstmal gegen eine Wand laufen. Jungs, ich brauche Pistole. Tja, das ist Pech. Rogen. Alter, Jungs. Hast du Pistole? Nee, nein. Ich hatte nur Bandage. Oh, hier ist ein Generator. Mensch, gut, dass ich Benzin habe. Hö, nicht wegwerfen. Werfen. Werfen. Ey, warte, sind das nicht die Benzin? Oh. Kanister. Ja, warte, ich kann den Helikopter. Ey, Murat, wo bist du eigentlich? Gut. Passt. Oh, Alter, ich dachte gerade. Ich brauche... Ich brauche einfach nur Pillen, Mann. Besorg mir meinen Stoff. Tja. Ja, okay, wenn wir das ja auch nicht brauchen, dann scheiß drauf. Ja, ich such mal ein bisschen, ne? Ja, gut. Ja, ich habe einen Waffenladen gefunden. Das ist deine Schuld. Ich glaube, ich habe einen Waffenladen gefunden. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, habe ich. Dein Ernst? Ja, ehrlich. Na, die M4 und mehr Platz. Ja, ich frage mich schon, von wo kriege ich Schaden, Mann. Ey, ich habe Fällen gefunden. Nicht dein Ernst, ich bin schon tot. 3! Das ist natürlich echt leicht. Ich habe einen Rund, Mann. Ich habe einen Rund! Ja, also du weißt ja nicht, wo ich bin, Joel. Es kommt gleich ein Zunge. Den Schuss habe ich natürlich daneben. Wir setzen was auch sonst. Ich freue dich. Uuuh, der hat nicht genug Schaden gemacht. Oh, warte. Uuuh, der hat nicht genug Schaden gemacht. Uuuh, der hat nicht genug Schaden gemacht. Uuuh, der hat nicht genug Schaden gemacht. Ja, damit sticht man zu, ich weiß, da ist so ein... Wie ist hier noch mal irgendwas mit B war das, soweit ich weiß. Bayonet oder so? Blu war mal Bayonet. Ja, genau das. Äh... Du hast gerade Muni für die Winchester Scheiße aufgenommen. Nö, stimmt gar nicht. Das ist, das ist diese graue Waffe, Mann. Ja, warte, die hier. Ja. Oh, der schnitt jetzt, wo es hat. Warte. Einen Moment, ich muss kurz nachladen. Hallo. Oh. Oh. Das war's noch mit der Munition. Äh, guck mal hier, ich hab extra Blenden. Oh, ah ne, das ist die Waffe. Äh, 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 ich hab Oh. Loll. Ja, das denk ich mir auch die ganze Zeit. Aber den mach ich jetzt weg. Alter, du musst dir mal die Songs von den Zombies anziehen. Die sind echt übertrieben. Echt heftig. Ich nehm mir die ganze Zeit Munition auf, obwohl ich gar keine Waffen dafür habe, aber egal. Oh, warte. Schuss hast du damit? Weiß ich nicht. Also, noch genug. Moni, moni, moni. Alter. Ich treff schon. Boah, Alter, jetzt. Bist du schlecht. Alte Klappe, wer ist hier gestorben, ja? Ich verstehe, wie du uns kille mal die Kräste. Das ist doch heftig. Munition hab ich noch? Okay, das ist auch gut. Warum lädst du dann nach? Guck mal, da ist noch Flair Munition. Ohne Revolver. Hä? Guck mal, da ist noch ganz viel Winchester Munition. Geh mal wieder raus. Und danach rechts. Auf der zweiten Theke. Auf der zweiten. Da hinten. Hier. Links. Jetzt links. Ja, da. Ich hab grad mit meinem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, wo du lagen warst. Du, ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Lol, du hast zu verraten. Alter. Da wurde ich gerade mal wieder angesprochen. Ich muss ihn bemuten, muss ich gleich raus schneiden. Von deiner Bambi. Aber ich kann es wenigstens raus schneiden. Aber ich kann es nicht raus schneiden. Äh, ich bin auch nicht so... Boah, Alter, ey. Muss die genau dann runtergehen. Oh, Double Headshot. Alter, die röcheln bei mir richtig heftig. Junge! Du bist so schlecht. Bewegt doch nicht deinen Kopf. Äh, wohin läuft der? Läuft er einfach so. Läuft er einfach so. Läuft er einfach so. Oh. 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 In diesem Moment, wenn deine Waffe einfach nur noch Klicken macht. Warte, jetzt Double Headshot. Oh. Oh, Leute, nicht mehr. Oh. Ah, fast. Fick dich. Oh, wild jetzt. Scheiße. Bist du ganz nicht. Du, Alter. Ja, ein bisschen habe ich ja noch. Guck mal hier. Das ist vor allem, es gibt diesmal wenigstens keine Grenze. So von wegen, ja, dann und dann ist deine Base kaputt. Oh, bitte. Was war das? Ja, das finde ich auch gut. Aber du bist trotzdem gestorben. Mhm. Oh. Boah, Alter. Boah, wie gruselig. Oh, Mann. Oh, Mann. Keine Muni mehr. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hinter dir, du Mongo! Ja, was? Guck mal... Das ist auch... Hab ich wohl nachgeladen? Nein, natürlich... Oh mein Gott! Lade nach! 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 Alter, ich hatte gerade vorgeschlüsselt! Jetzt müssen wir brauchen hier 2-Hertschutz für einen so'n Scheiß-Zombie! Okay... 4... 5... Also das im Pump! Ja, weiter, ein, ein... Einen GIL schaffe ich damit noch. Obwohl... ich hab das Hauptco ist in irgendwann da und wir brauchen Benzin! Ich weiß, du kriegst so'n viele Zombies killen wie du... Okay... Scheiß auf einen kill... Hey, wie viel Muni hast du denn da mit noch? 17 oder so? Ne, 14! Warte, hier! Ah, ne, warte, dann stimmt mir gar nicht. Das war nicht das Richtige. Ich brauch Benzin für'n Generator, aber ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Und... Das haben wir in die Luft gejagt! Stimmt... Warte, das kann ja aber nicht das Einzige gewesen sein. Warte, erstmal hier ist ja voll dunkel, ey. Oh... Erstmal eine Rauche... Hm... Warte, ich weiß, ich weiß, ich muss irgendwo doch ein Benzin-Kanister sein. Kann ich mir das Feuer nicht einfach nehmen und... Alter! Und das woanders entschieben? Du nehm' einfach ein Bikini-Fass! Leute, warte, da vorne! Oh, Benzin! Ne, ehrlich! Ey, das ist ein grüner Kanister, den beweiht mir auf. Ey, und dann geht's runter. Oh, leil! Soll ich den mal hier reintun? Weil den dann nicht wieder rausbekommen? Das würd ich jetzt machen! Hallo, hallo, hallo! Du... Ey, das witzige ist, die Jobs tut mir gar nicht. Ja, die laufen einfach nur. Entschuldigung, ich muss eben kurz meinen Job, äh, hier verhindern. Weg da, weg da! Ich kann nur ein bisschen Abstand halten. Weg da! Weg da! Äh... Geht das denn so einfach? Cool. Nailed it! Oh! 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 Weg da! Ja, pfff, du bist scheiße! Hä, ist der jetzt voll oder nicht? Du musst doch mal wieder rauskicken, du dummer. Du musst eh... Hab ich doch! Der ist doch schon dran! Oh, fuck, warte. Äh... Ich hab keine Munition mehr! Weg da, ich muss mich hier durchboxen! Oh, scheiß, das überlebe ich nicht! Loll! Ja, sollen wir zu dem Thema? Aber ganz im Ernst, es ist ein Zinkandister dran, also von daher, Leute. Weiß ich nicht, was los ist. Ein bisschen so hässlich, ne? Okay, ich glaub, das sollte es mal gewesen sein. Äh, ja. Naja, komische Runde und so. Aber... Ich hab zwei Runde! Oh nein, 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 nein! Nicht... Warte, hier ist fein Bogen. Oh, und, 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 und. Also, wir sind nur Pfeiler gewesen. Naja, also, äh... Beenden wir mal die Folge. Warte, guck Joel, weißt du, wie du das da aufkriegst, Joel? Weißt du? Nein. Hingehen und eh drücken. Loll, noch nicht. Wer da. Nein, du musst los, das Ding jetzt aufkriegt. Okay, warte, mach ich noch. Warte! Loll! Loll! Was macht der da? Loll! 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 Ich dachte doch, dafür brauchen wir jetzt extra nur so eine Angst. Ja, genau, Murat. Du denkst auch, du bist was Besonderes. Ey, da sagt nur meine Waffe, genau, Mord! Oh, ich da da rennen! Warum hast du ne Fläger? Weil es kann! Hallo! Ja, also Murat, wir beenden mal hier die Folge und so. Vielleicht kommt ja einfach mal was anderes, da können wir vielleicht ein bisschen mehr. Eventuell... Ja, du bist dich. Und, ähm... Weißt du, wie viel... Wie ist das so aus so dumm, Mann, Gott? Guck mal. Nicht! Was? Alter, haben wir die weggeflogen? Hallo? 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 Hä? Murat vs. Zombie? Ist okay! Ist okay! Okay, gut, also wir beenden das hier, ne? Und, äh, bis zur nächsten Folge von, keine Ahnung welchem Spiel, aber irgendwas bestimmt und du blutest. Also, äh, bis zum nächsten Mal und so. Tschüss! Tschüss!